Noch einmal, ich will nicht wissen, wer du bist, woher du kommst, wohin du gehst. Das ist die neue Nummer 1. Endi, Gratulation von allen aus dem Studio. Blümchen kommen auch noch dazu. Und Ihnen, meine Damen und Herren, möchte ich sagen, das war zum 176. Mal Ihre Hitparade im ZDF. Kamera Jens Jüttner, Hannes Gangl, Gisela Löw, Rüdiger Renke und Jürgen Will. Bildschnitt, Charlotte Hirschhorn, Technikunterladung, Ralf Ruhbecker, Bildtechnik, Hans Ferdinand Schirmack, Ton, Dieter Mikleis, Szenenbild, Joachim Tschetschenga. Produktion, Ernest Jensen, Redaktion, Dr. Klaus Weising. Die Regie hatte der Mann, mit dem ich zum ersten Mal 1959 eine Sendung machte, bei Peter Frank mit einem unvergessenen Kollegen in der Friedrich-Ebertale in Harburg, die Toi-Toi-Toi hieß, Alexander Arns war dieser Redisseur, der auch heute Abend diese Sendung machte. Guten Abend, auf Wiederschauen und ein schönes Wochenende, Blick zur Uhr, genau 20.15 Uhr, Wiederschauen.